Der FC Bayern hat das 20-jährige Talent Franz Kretzig mit einem langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 ausgestattet. Die Vertragsverlängerung sei die Folge aus Kretzigs starken Leistungen und ein wunderbares Beispiel, wie wir auch künftig Talente beim FC Bayern entwickeln wollen, betonte Dresen. Aufgrund seiner konstant guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten war für uns völlig klar, dass wir ihn langfristig an den FC Bayern binden wollen, so Dresen. Kretzig ist gebürtiger Nürnberger und kam vor sechs Jahren zu den Junioren des FC Bayern. Dort schaffte er über die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis. Beim Sieg gegen den VfL Bochum Ende September feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Im DFB-Pokal erzielte er seinen ersten Treffer. Kretzig betonte, dass der FC Bayern einer der besten Vereine der Welt sei und er weiter hart an sich arbeiten wolle.